Jetzt klang es bei mir so über meine Kopfhörer Jetzt habe ich keinen sound weil mein hdmi splitter ein bisschen probleme macht Aber mal gucken wieder die dieser dieser arena fahrt hier läuft pro avian grouts instinkt Mal gucken die zwei anderen arenen liefen hier recht gut Mal gucken was dieser oder ist diese arena sagt und was ich gewinnen So wir spielen ja auch auf chaos modus 3 Obst bis jetzt Warum solchen dahin den ich will da nicht hin glückliche vergeltung Das stimmt ja ich kann das ja gar nicht so wechseln ich habe die steuerung umgestellt Was willst du von mir Ich glaube jetzt einfach hier hin da ist er ja Mein questgeber sie bis jetzt aber interessant aus finde ich Hat schon was guten abend Sollte das ja er weiß ich würde ich ich bin der auserwählte Keine munition Und zack Kann losstehen Ich bin voll dabei Mal gucken was uns hier für gegner warten sieht aus wie die affen wie die jabber Glaube ich dass uns die erwarten werden Okay, wo haben wir 20 minuten Ja da sind sie ja schon Blup 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 Ich liebe diese raketenwerfer Die sieht man einfach mal so die richtig schöne power Zieleine Zieleine Hey ich darf das Prüfungsgelenk verlassen Töte jabber Ne mal können wir noch die quest machen Ein haufen vollidioten Okay mal gucken wie lange wir brauchen Also ich glaube nicht dass sie das in unter 20 minuten schaffen Ich weiß nicht wir spielen ja kaos modus 3 dass das ob sich die war scheiße geschossen Das ist ja sowieso immer noch mal ein bisschen härter Aber mit dem raketenwerfer machen wir ganz gute fortschritte denke ich mal Ich habe gehört Nur dass die die java der hat sportlich sind und aussehen vor allem aber gut gegen den sportlich sein ist kein problem Auch hier ist so ein plünderer affe Komm her Das ist übrigens hier die maschinenpistole die ich meinte die so übertrieben mächtig ist Man sieht ja schon diesen laser dazwischen durch Und das auch was legendäres Taschenraketen schmetterschern schmetterradius Ja das ist eigentlich ganz geil was habe ich denn da drinnen scheiß drauf Es ist näher zu den quatsch stimmt nicht Oh ne infinity Dass ich die mal wieder finde Also das ist halt eine waffe unbegrenzt munition sieht man ja rechts unten Mal gucken ob man jetzt abwechslend schaden macht ja Nicht viel aber sie macht schaden Das ist auch mal eine schöne abwechslung Sonst ist ja so eine infinity immer Cool aber nicht wirklich stark Das coolste daran immer dieser Einmal die unbegrenzte munition Lass den reifen liegen Und dich noch runterschießen Oh Treibstoff ist alle Ja bis jetzt macht die ganz gut laune eigentlich die Ach jetzt ist da eine munition angabe Und hier ist mein laser Von dem ich auch erzählt habe Der Ionen laser Okay setze die Prüfung fort Hier liegt zwar schön viel Geld aber Können wir leider nicht einsammeln Oder Nein was heißt wir können nicht Wir können schon Was für ein Migatte Migate no Goku Aus Stratenball Okay ich weiß nicht was du meinst Wahrscheinlich bin ich da einfach zu wenig in diesem Ding drinne Dass ich den jetzt checke Diesen Vergleich Ich habe auch null Granaten Ich hatte ja vorher die Hex drinne Die habe ich auch immer noch Also nicht drinne aber Ich besitze sie noch Komm Aber diese Granate ist auch cool Denn sie gibt mir entweder 30% Schildkapazität Also natürlich vom Ausgegangenen Schaden den sie gemacht hat 30% als Schild wieder Oder halt zu leben Je nachdem Und das ist echt geil Und dazu macht sie noch gut Damage Explodiert schön schnell Sodass man sie dann doch relativ Gezielt werfen kann Achso Und das ist dieses Draydenball Ding Oder war das jetzt nur so Das denke ich Dass du das meintest Oder mit dem Draydenball Ding Oh Wie viel sind hier Ist hier drin Schön viel Aua Au 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 Da macht irgendjemand aber Schaden Hop Na komm her Bam Komm her du kleiner Dino Er ist unten Ein Predator Geil Oh Ja das war der Kopf Das war der Kopf Du lieber Predator So Oh was ist das für eine Gefallene Wie so ein scheiß Wächter So ein Grabstein Nee Nicht Grabstein Grabkammerwächter Nee ohne Grab Nur Wächter Kammerwächter So jetzt habe ich es Kammerwächter Oh mein Gott Ist diese Raketenwerfer nicht geil Ich finde den so geil Oh hier hat aber jemand ordentlich Gold verloren Wartet mal Wir müssen mal nochmal kurz gucken Was habe ich denn hier für ein Equipment So die Infinity kann erst mal wieder raus Was bist du Hier ich habe die Bitch wieder gefunden Ach ist japanisch dafür Gut dann sind wir jetzt auf dem grünen Zweig Hier das ist die Bitch Kannst dich noch erinnern Als du die im Borderlands 2 gefarmt haben Von dem Bunker Dieses fliegende Ding Die gibt es ja auch wieder die Bitch Nur ganz anders Aber ich spiele die hier gerade Oh Nach dem Verlassen von IronB erhöhen Kills die Ablehnzeit von IronB um 30% Das ist doch schlecht Also wenn man es jetzt so wortwörtlich nimmt Das ist aber zu 100% Übersetzungsfehler Warte mal Wir hatten hier ein neues Artefatt Was hatten wir vorher drin Ach Bonusschaden für Strahlung Das ist scheiße Schmerzschmerz Mal der 10 Größe erhöht sich hier Das ist schön Ja ich glaube das ist cool Müssen wir jetzt nur noch nutzen Muss ich mal gleich testen Von Riesenflieder Ja Genau den meinte ich Ach und wenn das Schild niedrig ist Stellt man sich zur Elektrotonne Und wie man sieht Ist mein Schild ganz schnell wieder voll Ich liebe legendäres Zeug Denn dank meinem legendären Schild Bin ich komplett immun Den elektrischen Schaden Weil anstatt ich Schaden bekomme Lädt das mein Schild auf Und deswegen habe ich es echt nicht leicht Wenn ich ein neues legendäres Schild finde Das auch ganz geil ist Weil so Das zu überbieten Das ist echt schon schwierig Sag ich mal Das ist nicht so einfach Ich meine komplette Resistenz Okay wir sind fast tot Das heißt wir gehen im Bot Wie was habe ich angestellt Was soll ich angestellt haben Achso War bei dir Okay okay Ich dachte jetzt schon was ist denn jetzt passiert PC in Brand gesetzt Ja das wäre aber auch ein Das wäre aber dann auch Dreist mich anzuschuldigen Wenn dein PC brennt Das wäre auch irgendwie komisch Okay Och ernsthaft Ein Badass Giftmischer Grog Bium Bium Oh Ein Millimeter Leben Ist klar Dankeschön Och wie viele kommen denn hier Nochmal ein bösartiger Badass Jebber Aua Übertreib ruhig Oh der Raketen wäre einfach so geil Das coole ist Bei meinem Schild Ist auch nochmal das Ding Oh Jetzt bin ich da ungegangen Ist aber kein Problem Bei meinem Schild ist auch nochmal der Vorteil Dass der auch zu einer gewissen Chance Schüsse absorbiert Die ich direkt ins Magazin bekomme Deswegen muss ich Bei dem Raketenwerfer so selten nachlernen Pop Und noch dazu produziere ich ja selbst Durch meine Skillung So viel Munition Achso Weil sonst kann das Bild Ist sonst auch immer sekundenweise schwarz Wenn ich immer Mein Skill hier reingehe In den Roboter Lass das Bild dann auch nochmal kurz schwarz Also das kann vielleicht sonst auch Daran gelegen haben Oh er läuft hier noch weg Bleib stehen Blub Hm Boah wie viel Gold hier liegt Oder Dollar Äh nie Dollar Dollar Das wurde Hey hey Ich brauche eigentlich Ja Geld brauche ich schon noch Denn ich habe nur eine Sache nicht auf Maximum Und zwar den Safe Da habe ich jetzt mittlerweile Ich glaube 80 Verschiedste legendäre Waffen Ich habe da nämlich aussortiert Das ist keine doppelt Jetzt schon Man sieht auch schon Ich habe ab Level 50 Jetzt schon 156 weitere Level gemacht Kämpfe um deine Lebensdauer Wann kriegen wir denn hier einen Bonus drauf Ab 50 erst Ein sehr schöner Bonus auch Ab 75 Hier haben wir erst Upsi Dann machen wir glaube ich auf Das Grüne hier unten Ja die Ablinkrate Die kann man immer mal gut skillen Ach da sind die Raketen Cool Endboss Tyrann seiner Instinkte Ach da ist er Oh ist der süß Der hat Raketen Ja man sieht wie viel Schaden Die Waffe machen kann Aua Das war jetzt aber nicht nett Das war jetzt ganz und gar nicht nett Du solltest nicht stehen bleiben Bei der Waffe Denn umso weiter ich weg bin Von sie Umso mehr Schaden macht sie Ernsthaft Jetzt gehst du noch im Schild Achso Neue Phase Ach toll Jetzt gibt es auch noch Eine zweite Phase Na gut was beschwere ich mich Es hat sich schon erledigt mit ihm Ach jetzt muss ich Muss ich echt jetzt noch die Kleine ausschalten Na da nehme ich die Raketenwerfer Auf die Kleine habe ich nämlich kein Bot zu schießen Das ist so fummelig Ach toll Das hat ja gut funktioniert Bam 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 Oh scheiße Ich stehe in der einen Suppe drin Aber was Tolles gab es jetzt auch nicht Na mal gucken Wie lange habe ich gebraucht Ich war scheinbar langsam Und Da wäre jetzt ja nicht so viel im Real gerne Das ist ja wohl klar Dass das jeder gerne hätte Ich hätte auch gerne so einen Roboter Ich weiß nicht warum Aber ich hätte aus irgendeinem Grund gerne so einen Roboter Weil auch wenn du mit ihm erschießt Ist es Mord Deswegen ist es an sich Schwachsinn So einen Roboter zu haben Weil du den ja eh kaum brauchst Außer dass du wahrscheinlich angeworben wirst Für Kriege und all sowas Da geht dir wahrscheinlich die ganze Welt auf den Sack damit Dass du für deren Land kämpfen musst Aber Ich hätte denn so einen Roboter Um das hier kurz zu fassen Okay Wo sind wir denn Ach da ist ja noch unser dicker Loco Chantelle Bam 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 Ach ich liebe diese Waffe So krass ne Ey die ist wirklich so genial Weil die geht ja auch durch alle Gegner durch Also wenn da jetzt 5 hintereinander stehen Und alle 5 ordentlich Schaden bekommen Das wäre der egal Oh Oh Au Stirb schneller Namejob Achso Aber mit 16.000 Damage hatte ich die noch nicht Wir testen die mal Woop Na ist ne schöne Explosion Muss ich schon sagen Aber mal gucken Ob die überhaupt mit meinen Mit meinem Raketenwiffer mithalten kann Teleport Wie keine Teleportieren ist auf physikalischer Ebene Sehr schwierig Das ist ja so gar nicht machbar Von so her Aber Ja es wäre natürlich geil Also keine Frage Keine Frage Das ist natürlich exzellent Sich so einfach Teleportieren zu können Hätte schon was Hätte schon was Ich meine aber Aber die Frage ist Braucht man das Ich meine Wäre das jetzt Jetzt so Auf so einer allgemeinen Ebene Abgesehen davon Dass es super geil wäre Wäre das jetzt wirklich echt Wäre das dann gut Ich glaube nicht Weil dann bewegt man sich ja wirklich gar nicht mehr Weißt du Und das sind ja dann irgendwie Konsequenzen Würde der wahrscheinlich so die Teleportfähigkeit nicht lange haben Deswegen das ist da wieder so eine Sache Wer weiß schon wie das alles wäre Es sei denn das ist Der gleiche körperliche Kalorienverbrauch Oder allgemein der gleiche körperliche Aufwand Als würde man dort wirklich hingehen Oder laufen Je nachdem Dann wäre das so richtig geil Na durch die Zeitreisen würde es schon wieder Ja das würde ja schwierig sein Das würde ja echt schwierig sein Weil durch Zeitreise wird natürlich immer irgendein Zeitstrang verändert Das ist ja halt einfach so Und da ist die Frage Was würdest du verändern wollen Weißt du Gibt es da sowas pauschales Wo du sagst so Hm Das würde ich gerne verändern wollen Oder ist das nur allgemein so gesagt Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nichts Ich würde nichts anders machen So Ich hab nicht alles richtig gemacht Aber ich würde es auch nicht ändern Ich würde es nicht ändern wollen Deswegen weiß ich nicht Ein paar Dinge gäbe es schon Aber sind das auch Dinge Die alleine vom Zeitreise Paradigma Ne nicht Paradigma Die Potenz sind Äh von Zeitreise Die Lämmern sage ich mal ausgeschlossen wäre Das wollte ich sagen Weil wenn du jetzt sagst Hm Die 5 in dieser Note Würde ich Rüttger nicht machen wollen Dann würde das Würde nicht funktionieren Weil wenn du die 5 rückgängig machen würdest Würdest du keinen Grund mehr haben Sie rückgängig machen zu wollen Ergo Würde sie immer noch da sein Weil sonst würdest du nicht zurückreisen Deswegen das ist ja So diese Zeitreise Das ist ja Das ist ja immer häufig ein Dilemma Im Film Dass das so keinen Sinn hat Das würde ich so Zeitreisigkeit gar nicht haben wollen Normal das natürlich auch Probleme Gibt in vielen Sehr vielen unterschiedlichen Sachen Weißt du Das ist ja halt wie gesagt Nicht einfach nur Aber ich Setze mich jetzt in meiner Küche Und reise mal 30 Minuten zurück Damit meine Pizza nicht verbrennt Weil das würde Auch schon wieder nicht gehen Gleiches Problem Wenn du das verhindernst Weswegen du zurückreist Hast du keinen Grund mehr zurückzureisen Weißt du Das ist halt echt so ein Das ist halt in sehr vielen Filmen Wirklich so ein Problem Aber was Ne warte mal Wenn ich jetzt überlege Müsste ich Oder würde ich Irgendwas rückgängig machen wollen So Fängungen würden Ob es möglich wäre oder nicht Nein Nein Einfach nein Ich bin zufrieden So wie es gelaufen ist Plopp Störb Freddy Wow 3,4 Ach Ist schon wieder die Auto-Aim-Waffe Hier Auto-Aim Die meine ich Die schießt automatisch So Bam Die ist ganz cool Aha Ach Ist auch für deine Charakter-Klasse Brauche ich nicht Schon wieder für deine Charakter-Klasse Dankeschön Und schon wieder eine andere Mann Ich wurde reich belohnt Was für eine Ficht hätte ich gern Unsichtbar? Nein Unsichtbar ist irgendwie Ach lame Ich wäre gerne Unsterblich Ich weiß Das ist auch wieder so ein Ding Wer will wirklich unsterblich sein? Alle Menschen Die man sich ins Herz schließt Sieht man immer wieder Auf Garantie sterben Man stirbt ja selbst nicht Ja ich weiß Ich würde es trotzdem haben wollen Ich würde es trotzdem haben Unsterblicher Ich weiß nicht Ich habe keine Angst vor dem Tod Aber Wenn ich so an die Zukunft denke So Achso Ich kriege hier keinen Scham bei dem Angriff Weil Es ist ein Elektro-Angriff Der juckt mich nicht Ähm Aber was Ja ich weiß nicht Ich finde so die Zukunft sehr interessant Was uns alles erwartet Das interessiert mich halt gut Feuer tut mir weh Das interessiert mich halt brennend Und deswegen würde ich auch sagen So evides Leben Gib mir Ich will das haben Denn ich glaube die Zukunft ist sehr interessant Oder die Erde würde zerstört werden Was denn Problem wäre mit Unsterblichkeit Weil wenn die Erde im Arsch ist Und ich da so Für den Rest meines Lebens im Weltraum treibe Habe ich auch nichts gewonnen Hätte ich auch nicht irgendwie Ne da wäre ich dann auch schon wieder Piss Piss ich drauf Hätte ich auch keinen Bock mehr Aber wer kann das wissen Vielleicht wird die Erde auch super toll In 50 Jahren Unwahrscheinlich so wie es läuft Aber möglich ist ja alles Sagt man es so Aber naja Unsterblichkeit aber sonst noch was Weiß ich Hab ich sonst noch was Was ich gerne hätte Ähm Ne eigentlich nicht Weiß ich nicht Ich würde keine Superkräfte haben wollen Das Ding ist natürlich auch Bei Unsterblichkeit kann es natürlich sein So Amoklauf Du gehst rein So weißt du aber die Frage ist Aber man ist ja nur unsterblich Das ist ja keine Unverwundbarkeit Weißt du Weil Unverwundbarkeit wäre natürlich geil So als Bonus Gehört aber nicht zwanzläufig zusammen Das bedeutet Dann bin ich so irgendwann Wie wenn man das auf Buffet ausstellen könnte Wer will denn das ausstellen Ne ich meine jetzt aber so Wenn man jetzt sag ich mal Das gehört ja wie gesagt Nicht zusammen Unsterblichkeit und Verwundbarkeit Aber wenn Dann würde ich das haben wollen Weil nachher bist du so unsterblich Und so total verstümmelt schon Du hast nur noch so eine Wange Und zwei Finger Der Rest ist alles weggesprengt Abgesehen vom Rest des Kopfes Und dann hängst du da so In deinem Glas drin Wäre zwar irgendwie ein cool Wäre zwar irgendwie ein lustiger Sci-Fi Anblick So aber auch nicht geil Aber ich würde es nicht ausstellen wollen Weiß ich nicht Also natürlich in irgendeiner Form Wäre das dann schon Zeit dafür Ich glaube irgendwann ist man halt Einfach wirklich bereit für den Tod Aber ich weiß nicht Irgendwie hätte ich da Bock drauf Dass ich ewig lebe Dass ich so alles mitbekomme Weiß ich nicht Finde ich sehr faszinierend So dieser Gedanke Alles noch mitzubekommen Wo alles noch hingeht Was aus der Zukunft Der Menschheit wird Was aus der Zukunft Der Erde wird Warum wackelt mein Bild so extrem Okay geht wieder Weiß nicht Da hätte ich irgendwie Bock drauf Das hier rauszufinden Ob das gut ist Ich glaube nicht Ich glaube das will man gar nicht wissen Das will ich damit sagen Und ich glaube nicht Dass sich das einstellt Und hopps Hopps Aber was für eine Fähigkeit Wenn doch der Fliegen Ne fliegen hätte ich keinen Bock drauf Ich meine wenn das So ein Superman Flug wäre Dann müssen wir uns ja dran bedenken Dass der Flug von Superman Ja nur eine Erweiterung Der Sprungfähigkeit ist Reiner Kraftakt Das bedeutet So nach Drei Wochen Bist du wahrscheinlich Nur noch so ein Stock Weil du so viel gar nicht essen kannst Dass du die verbrannten Kalorien Wieder aufnimmst Und deswegen Hätt ich da auch kein Bock Ich finde auch Fliegen Irgendwie unnötig Weiß ich nicht Ich wüsste nicht Warum ich fliegen sollte Stell lieber ins warme Auto Und dann ist gut Also weißt du Ist doch viel angenehmer Eigentlich als zu fliegen Oh Mann Haben die viele Leben Auf Cosmos 3 Oh Da möchte jemand Nochmal ein Fight haben Aber jetzt ist er In der letzten Phase Angebrochen Stirb Aua Aua Oh na toll Er hat mich erwischt Kein Problem Ach ich bin schon wieder da Warum auch immer Ach Gott Jetzt ist aber dieser Handsome Jack Roboter Oder auch wie bei Dragon Ball Unsterblicher Körper Da könnte Der nicht getötet Werden und generell Nicht sterben Ja Unsterblicher Körper Das macht ja keinen Unterschied Wenn du selbst Unsterblich bist Ist ja dein Körper Unsterblich Aber Aber wie gesagt Da gehört ja Diese Unverwundbarkeit Ja nicht mit rein Zwangsläufig Und da hätte ich Eher Angst vor Die Verwundbarkeit Als vor dem Tod Selbst Ja wie gesagt Wenn du denn Rein körperlich So fertig bist Also Verletzter Ebene Du verlierst ein Bein Oder so Dann hast du auch Nicht viel mehr Von der Unsterblichkeit Natürlich kannst du da Immer noch Sonst was machen Aber Wer jetzt schon Eingeschränkt Natürlich Irgendwie geht alles Man kann mit allem Leben Man gewöhnt sich Irgendwie Auf irgendeiner Basis Daran Was du hast Was du nicht hast Aber Man muss es ja nicht Ernsthaft Mit zwei legendären Ich bin enttäuscht Ich komme früher von der Arbeit Die hatte ich noch nicht Gefunden Das ist eine Mochi Waffe Wir sehen uns In dem nächsten Livestream An alle die das Auch nachträglich Gucken Ich bin spontan Immer im Stream Gut Dann Tschüssi Wir hören uns Und Es ist vorbei Tschüss Tschüssi Tschüssi